Ah, wo haben wir sie denn? Die ist doch gleich hier vorne Ah ja so die xp-tafel nehmen wir auch noch mit oder war das wieder einer auf dem dach nee so bist du bereit so cool so 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 Sumpfsturm Fährt eine Corvette mit Lambo Diablo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erzählt, dass du nie nervös bist. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit, wende. So, die nächste XP-Tafel. Oh, die ist hier drinnen. Wie bitte? Nee, bin ich nicht. In 400 Metern. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern. Links abbiegen. Links abbiegen. Things abbiegen. Just bagegen. Das war's für heute. 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 So, ich bin jetzt gleich wieder im Ziel vom nächsten Event. Das war's für heute. Hüpfi, hüpfi, hüpfi. Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, bremst mich doch nicht so aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Ultimativ sauberes Rennen. Okay. 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 noch ein wildes bild 2.000 credits, naja so, es müsste noch was da sein von diesem Rennen hier nicht hier ist noch eins wie viel sind es denn insgesamt noch eins zwei drei vier fünf sechs sechs Rennen sind es noch davon ziehen wir noch durch, oder? nicht? willst du dann schon Feierabend machen? oder wollen wir Guglia drin machen? willst du danach noch was anderes machen? okay da fahre ich jetzt mal hier hin du bist früh dran noch ein XP-schild bei nächster Gelegenheit Bender Bender in 400 Metern rechts abbiegen rechts abbiegen XP-Tafel bei nächster Gelegenheit enden ach die war da oben links abbiegen in 200 Metern rechts abbiegen rechts abbiegen in 200 Metern links abbiegen links abbiegen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, hier war noch eins. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hm. Rechts abbiegen. Ich werde mal an den Kühlschrank gehen. Nee, ich will noch was trinken holen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.